Jo, wir sind wieder zurück bei Let's Play Star Wars Battlefrogs Merde! Jo, weht doch das! Der Türke ist auch mit dabei Jo, danke, dass du mich so vorstellst Der Türke, sonst keiner Das ist natürlich was besonderes, ne? Der Zaraza und der Leno und der Karin Na komm mal, die anderen werden Namen vorgestellt, ich hab gar keinen Namen Ey, du bist einfach Türke Du bist mit Roten Türke Bin einfach, bin einfach Uda, Uda, Uda So, was machen wir hier? Walker is sold! Walker is sold ne neue Runde Hallo? Es steht großes Forward hier Sollte mal eine Waffe eigentlich nehmen, ich weiß aber Oh, Alter, wir sind mitten im Match drinnen Aber das können wir auch mal mitspielen Ernsthaft? Kühlschrankhunde Oh, da ist Darth Vader, da ist Darth Vader Alter, die sind ja wirklich schon mitten am Start hier Da ist Darth Vader, Alter Ach du Scheiße Okay, da müssen wir mal gucken, ne? Wir sind die Rebellen, Alter, nein Keine Chance Wenn Darth Vader da hängt, da ist Darth Vader Ich bin tot, Alter, direkt mal tot Darth Los geht's Nein, da ist das Vader krass Ja, ja Ich bin tot Es ist Es geht los Geil, Mann Ah, wegen mir oder was? Okay Oh mein Gott Alter, der hat mich mit seinem Frisbee-Schwert abgekehlt Wow Alter, was ist hier los? Hast du ihn getötet? Ja, wir haben ihn erledigt Nice Junge, so will ich das sehen hier Ich auch Aber wir werden diese Runde eh verlieren, weil wir die Rebellen sind Oh, Scheiße, Mann Oho Was für Fahrer Wir. 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 In Senhor. ATT nov Woah, Alter Boah, aber es hier geht ab. Genau, Was willst du denn? Was heu? Komm, ballert den weg hier Ja, ja Yeah BAM! Die geballte Ladung herrscht! Juhu! Die geballte Ladung herrscht! Juhuuuu! Nice, ey! Wo ist, Alter, der Schleimscheißer! Oh, weg hier, weg hier! Was ist denn los hier? Aber, aber, den Kraschell verbringt, was? Ahoi, ihr Lantrapp! Oh, manchmal denke ich mir echt so, was haben die schon für Knarren! Major, nehmen wir die Anfrage an! Jo, danke! Du bist ja mehr mit dem Blaster aktiv, dann kannst du mir darüber ein gutes berichten. Warte, pass auf. Welchen Blaster? Meinst du die Pistole oder was? Achso, wir haben... okay. Gerade eine geschenkt, aber egal. Die Pistole ist der Hammer. Ah, hier! AT angreifen, geil! Oh, wir müssen draufballern, Leute! Draufballern! Alter! Ey, diese Ionengranate macht so viel Schaden bei dem AT. Okay, go! Alter, das gibt's doch nicht, Mann! Alter, wie geil das ist! Alter, der hängt auf dem Ding dran! Boah! Mensch! Ey, Curry, du musst mal die Ionengranate ausrüsten, ne? Die macht voll viel Schaden bei dem AT. Ja, ja. Okay. Alter, guck mal, wir haben einen schon halb down, Mann! Geil! Habe ich ja noch nie probiert. Focus Fire! Okay, Jungs, voran geht's. Bronte, folge mir. Ich weiß es nicht. Oh, die kommt von links. Ja, hier ist eine AT-ST vor mir. Achso, man meint mehr Schaden, glaub ich. Ja, ja, genau, auf die Fahrzeuge dann. Ja, genau. Ich bin direkt hinter dir. Walle, ich bin dein Freund. Ja, ja, ja. Raus hier, raus hier. Und voraus geht's! Hä, die Runde ging gerade aber nicht los, oder? Wir sind ja schon fast da oben. Ja, ja. Ja, ja. Hä, wie kann das denn sein? Alter. Ich hasse das, wenn die in diesem Scheiß drauf kommen. Boah! Da krieg ich auch die... Da krieg ich einen A-A-A-A-A-A-A für die Kippen, ey. Oh, da ist ja voll... Oh, da ist ja voll... Da haben wir hier richtig geteilt, Alter. High five. Ich will auch fliegen jetzt. No speeder! Ok, Dinger aktivieren und dann wisst ihr was das heißt ne? Dadadadada Alter, wie viel muss sie dir denn reinsuppen, die Artis? Boah Darth Vader, komm, Vorsicht! Joooooo! Ika, warum komm ich hier nicht wohl? Hast du auch ne, ist jetzt, wirst du ihn gekillt, ne? Okay, aktivieren, aktivieren. Da kommt einer! Kevin! Kevin! Wo denn? Kevin hilft mir! Ist tot. Der Typ ist tot. Ja, jetzt, wo ich auch tot bin oder was? Ja, ich hab extra gewartet, weißt du? Jetzt sind wir alle tot, oder? Okay, Station ist safe, alter. Da hat's auch auf dem Turm drin. Oh mein Gott, ein Airspeeder, alter, ein Airspeeder, ich kack mich voll. Hot Tracer? Ja, komm mit deiner Sniper, ey. Mann, die schießen hier rein wie die Bescheuerten, ey. Alter! Airspeeder Tori oder was? Nice. Alter, der hat sich dann, alter, der hat sich geschützter hingestellt. Leute, Hilfe! Komm, wir müssen das hier verteidigen, Mann. Boah. Das hat jetzt höchste Priorität. Ja. Ah, scheiße, ey. Airspeeder, das wird meiner! Nein! Das ist voll schwer, das Ding zu fliegen, ey. Oh Mann, ey, wie dumm das hier noch. Wo sieben? Ach man, das gibt's ja nicht, weil du bekanntest. Wir gehen uns aber hart. Ja, das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem, wenn du direkt mitten im Match... Ja, das war jetzt mitten im Match, ne? Ja. War mitten im Match, ey. Curry, nimm mal gleich die Ionen-Granate. Wir finden aber auch immer ne Ausrede, Freunde. Wir finden aber auch immer eine. Nein, das muss man sagen, wir hatten keine Chance. Das restliche Team ist scheiße. Ja, das klingt dann richtig. Nur, nur wir eben. Hat man ja in der letzten... Ja. Crazy, ey. Ey. Mann! Ich höre gar nix mehr. Das ist so scheiße. Sprung-Speeder, Mann! Oh, drauf auf die Dinger, drauf! Ja, drauf! Der Air-Speeder, go! Es gibt's doch mehr, Baby! Hast du ein Air-Zeug-Ding drauf? Deine Air-Speeder hab ich. Die kommen von allen möglichen Seiten da. Ja. Das kannst du vergessen, ey. Der hat überlebt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hä, wie cool. Ja, keine Chance, Alter. Nee, die sterben am Fließband, Alter. Wie krass gerade. Guck mal, die haben vier, fünf Runde da. Ja. Alter! Und stirbt sofort. Keine Chance mehr. Und das war's. Keine Chance. Nein! Aber das Snow-Speeder-Fliegen ist voll schierig. Ja, mega, ey. Meist du den Air-Speeder, oder was? Ja, ja. Der Air-Speeder ist nicht so wendig, leider, ja. Nee, der ist voll krass, ey. Also das wendigste, was du haben kannst bei den Rebellen, ist, glaub ich, der X-Wing. Kein Wunder, dass Luke abgestürzt ist, ey. Ja, ne? Ich bin fast! Ah! Versuch das mal mit nem Kabel, das ist mega schwer. Die Schildkröte. Die Schildkröte. Hey, das sind alles Tiere, Mann. Ja. Oh, Dennis. Das hat sich ja gelohnt. Ja. Voll viele Punkte gemacht. Ja. Mann, 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 du. Wie ich abgerockt hab, war schon ein Voli-Gandär wieder mal. So, ich bin jetzt Level 5, ich kann mir doch jetzt ein Jetpack holen, ne? Oh. Wenn du Credits hast, ja. Easy peasy. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, denn wie der Bonzo schon sagte, dass wir uns alle dieses Ion-Schild jetzt kaufen. Ja, also das ist eine Ion-Granate, die macht sehr viel Schaden bei Fahrzeugen. Hab ich schon, hab ich schon. Ja, und die müssen... Ach so, du meinst die elektrische Granate? Ja, ja, das ist ne Iron-Granate. Das hat das auch nicht schlecht. Und die macht dann beim AT mega viel Schaden. Wenn wir alle draufkloppen, kriegen die den Locker down. Ist das die Iron-Granate? Ja, ja, genau. Die Iron-Granate. Die Eier-Granate. Ich wollte aber die Waffe wechseln nicht. Depp, Alter, jetzt hab ich schon wieder den Standard-Granate. Ja, aber das kannst du doch jetzt machen, oder nicht? Ne, ich glaub nicht, oder? Im Spiel nicht. Doch, doch, kannst du jetzt. Oder bist du schon gejoint? Bist du schon gejoint? Ja. Ah, das kannst du dann ist vorbei. Ja, leider, ja, deswegen ich hab schon gejoint einfach so das Reflex. Ja, das kannst du jetzt vergessen, ist jetzt vorbei. Die Pistole ist krass, ne, habt ihr gesagt? Ja, die Pistole hätt ich auch gern mal ausprobieren, weißt du? Ja, bei mir offiziell gibt's jetzt die Pistole. Bei mir auch. Die Pistole lohnt sich im Nahkampf. Ich find, äh, ich find den Normal Blast aber am besten. Alles geht, du kannst mit der aber auch zielen. Was macht die Proximity Bomb? Äh, Annäherungsbombe haben wir vorhin noch festgestellt, oder? Äh, ich hab jetzt keine Coins mehr für den Job. Warte, ich hab nen Raketenwerfer, Mann. Warte mal, Eon Grenade ist ja jetzt Schwachsinn. Warum? Achso, weil wir die anderen sind. Hahaha, wie doof. Die Glohe. Okay, Leute, jetzt geht los, los. Go, go, go. Okay, jetzt einfach mal ne Runde loslegen, ne? Äh, ich hab die, ich hab die Pistole. Kann man denn ne Pistole kippen? Fuck. Die Pistole? Äh, okay. Was ist das denn hier, Tobi, Alter, am Geschütz, oder was? Dann wollen wir mal ne Runde in Arti Arti rein, ey. Die Standardswaffe bei dem Bösen ist ja mal mega scheiße. Ey, ich find, gut, die Waffe. Boah. Was? Bam! Boah, ich komm damit gar nicht klar. Ich komm damit gar nicht klar. Mach weiter so, mach weiter so. Ja, die Waffe, ne? Ja, da ist er dann. Den, 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 den. Den, 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 den. Hallo, Tobi. Hallo, Bronte. Bam! Oh, ich will hier doch fliegen, ey. Von der Schule, oder? Blaster kennenl, Alter, was ist das denn, Mann? Ja. Kein Wunder, ey. Okay, los geht's. Alter, da. Die überrennen uns von hinten, die überrennen uns von hinten. Jo. Und wo? Ah, da, da von der linken Seite. Wo denn? Links, rechts, oben und nicht weiter. Mit den AT-AT-Zielen ist so komisch. Warum hast du immer ein Flugzeug oder einen Roboter, Mann? Du musst immer auf die Karte gucken, Major. Manchmal wird das auch angezeigt. Alter, aufschau. Alter, nächste Runde. Luke ist da, oder? TIE-Fighter. Okay, ich... Wir sind kleiner. Oh, ich will mal einen X-Wing fliegen, ey. Ja, X-Wing, dann muss ich auf die andere Seite. Okay, jetzt wieder zurück. Oh, tschö, ja. Okay, Luke, komm her, Mann. Okay, TIE-Fighter. Ab geht. Yeah, baby. Wo sind die Gegners? Alter, nice, Mann, nice. Jo, Alter. Jo, Mann. Geil, Mann. X-Wing destroyed, meine Damen und Herren. Diese Kanone ist sehr hilfreiche gegen Luke. Oh, das gibt's nicht. Hinter uns, ne, ja. Vorsicht, Vorsicht. Was ist mit dir, Curry? Bist du im Luften? Ich bin im... in den Luften, ja. In den Luften. In den Luften. Die kommen alle von hinten gerade. Eat my Granite. Wir müssen das holen, na. Die sind Punkt, die sind Satellits. Oh shit, oh shit. Lassen wir alle hingehen. Shutdown, Shutdown. Das ist super, haben wir, haben wir. Das ist super, haben wir, haben wir. Das ist super, haben wir, haben wir. Das ist der, Mann. Komm her, Mann. Hey, er ist auf rein. Super. Ey, das ist doch immer so eine. Weiße. Jo, das Ding ist down. Nice. Bam. Hauptsache einer läuft erstmal da oben ganz aufm Berg lang, weißt du. So voll unauffällig, ey. Ja, und ich... Shutdown, links, links. Ah, Mann, das fliegt verzieht voll, ey. Oh, Darth Vader, Mann. Sehr gut, weiter so, Jungs. Geht, oder? Boah, was war das Ding gerade, ey? Was ist das? Keine Ahnung, ey. Voll die Atombombe, ne? Auf einmal Ghetto-Blaster am Start. Komm her! Wo seid ihr Schleimscheißer? Ghetto-Blaster, Alter. Okay, das Ding ist down, nice. Fuck. Ist das jetzt ein Flieger? Ist das jetzt ein Flieger? Der Slammer ist ja fast oder nimm's? Ne, doch nicht. Ne. Boah, das war knapp, Alter. Oh, wir müssen wieder nach oben. Ne, noch haben wir keinen Schaden genommen, das ist natürlich gut. Guck mal jetzt, Major, wo ich bin. Ganz am Rand. Das ist eine kleine Taktik hier, ey. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ey, ich renne einfach auch dumm rum, ey. Ich renne dumm rum. Pacino an. Wie kann man das immer? Na? Okay, Tai-Fighter Action, oder was? Jo, man, Bronze kommt zu mir, man. Wir können die immer abfangen. Bist du der hier in der Luft, oder was? Ne. Ja, ja, ich fliege die ganze Zeit rein. Oh, da hinten, ne? Da ganz hinten, ne? Bei dem Spawnpunkt von den X-Wings. Ach so, ich seh dich. Das ist zwar voll assi, aber was musst du jetzt hier? Ich warte, bis ich spawnen und dann setze ich mich hinter den. Bleib einfach an der Grenze die ganze Zeit. Curry, du bist so ein Träger-Spiel. Ja, was denn das, Taktik, Mann? Ja, ist klar, Taktik, weil sie spawnen killen. Bronze, bester Mann, was machst du noch? Ja, ich warte einfach. Bist du spawnen und ich killen? Du bist ein bisschen zu low hier gerade, Curry, ey. Brenn nach vorne, ey. Bronze, Bronze, was habe ich dir beigebracht, Mann? Okay, Bronze, wir werden die zu zweit wegholen, ne? Wenn du das sagst, wenn ich wegen dir sterbe, dann werde ich dich bannen, ne? Das ist ein Gottverdammten Jet. Alter, ich hab ne ATSD. Jo, Alter. Jo, Alter. Die sind geil, Mann, die sind geil. Jo. Okay, wie mach ich das jetzt mit ATSD? Warte, Mann, wir fliegen hier voll im Squad gerade. Komm mit, Curry. Wir schießen die Basis ab. Stress auf die Rebellen. Wir spielen einfach da. Voll, voll unlogisch eigentlich, weißt du? Die AT-ATs müssen das Ding zerstören und wir können hier einfach so hinfliegen und das Ding kaputt machen, weißt du? Jo, Warte, 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 Warte. Okay, Mann, wir müssen uns konzentrieren, Mann. Jo. Okay, lass es rein werden, komm. Wo kommt denn der X-Wing hier? Wo bleibt der denn? Wenn man Zeit, dass der jetzt mal hier spawnen. Ich spawn einfach mal bei Tobi, der hier so random durch die Gegend läuft. Und wo bist du? Oh, die Dinger sind da unten. Ich hab grad ne Spezialauftrag, Curry. Was denn? Ey, ich kann nicht mehr... Was hast du denn für den Spezialauftrag? Du hörst es doch bereits. Du hörst es doch bereits. Ich bin der Darth, Alter! Geil! Ich bin Darth Vader, Mann! Alter, wie geil ist das denn, ey? Boah, der sieht so geil aus. Frisch scheiße, Mann, ey. Da bin ich in die Luft. Oh, wie wir den geben, ey. So true! Ja, Mann, wir stürmen so. Ja, guck die Hände! Alter, was für ein Mann! Ja, wie geil das ist. Oh, was haben wir denn hier? Zwei Flugzeuge, oder was? Oh, kein Mann! Okay, man. Nehmt jetzt die ganze Base hier auseinander. Sauber, sauber. Na cool, dass einer deine Proxim kettle behaved. Wa, ba, 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 ba. Wo seid ihr? Wo sind die Rebellen, Mann? Kann mich einer reparieren? Und die hier drin alle? Boah, ich geh jetzt hier rein, Mann, hab' die ganze Base auseinander, ey. Alter, von Baum coronavirus! Ah! Ah, ich schmeiß mir die Granate versuch. Hallo! Hallo! Stehen geblieben! Habt ihr irgendwelche Probleme, ihr Bastard? Alter, die ganze Base ist clear, man. Komm mal rein hier. Komm her, Mann! Ich bin fast verhut worden. Oh, scheiße. Oh, das war nice, ey. Nein, mein ATSD. Okay, endlich das Ding down hier. Ich bin auch nicht mehr darf, Mann. Aber es hat Spaß gemacht. Alles klar. Ich flieg immer noch hier. Aber man darf ja mal drollen. Ja, klar. Oh, oh. Tobi, rechts, Rebellen. Link drauf, ich bin tot. Neue Runde, neues Klo. Und ich flieg einfach nach hinten weg. Wir haben den Tower am Start, Alter. Mist. Tobi, jetzt ein bisschen mehr Konzentration hier, Alter. Komm her. Bonze, ey. Jo, ich geh da rein. Wir sind jetzt genügend. Komm her, Mann. Ich hab wieder ein ATSD. Hey, Doros. Ey, das Spiel macht Bock, Mann. Ja, ATSD ist geil, ey. Komm her. Komm her. Boah, ich hör gar nichts, ey. Alte ATSD. Okay, wir haben's übernommen. Okay, voll verkackt. Drinnen ist, äh, Shutdown, ne? Lass mal reingehen oder so. Ja. Geil. Ah, fuck. Die besten mal vorne die Base freimachen, Major. Genau. Mit dem AT, ey. Wie geil das aussieht, ey. Ach, der Winnie ist im AT-AT, Alter, geil. Hallo, Winnie. Wir gehen rein. Wir sind drin. Und wir fast tot. Boah, scheiße, wann, ah. Hammer, Hammer. Bist du am fahren? Bist du am fliegen? Boah. Shit, 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 shit. Ja, ich bin gleich tot, Mann. Rechts um Ecke sind drei Leute. Passt auf. Boah, aah, 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 fuck. Ich bin tot. Boah, ich war mal lang unterwegs jetzt, ey. Ja, ist krass. Ja. Okay. Bin wieder bei einem Partner. Ja, wir sind drin. Aktiv in die Lage reingehen. Ja, die haben keine Chance, Mann, Alter. Da kommt noch einer. Da ist noch einer. Da hab ich mich selber verrat. Das gibt's nicht, ey. Oh, fuck. Das ist mir ne Granate, ey. Voll lange. Boah, Benni, was für ein Riesen-Tier bist du? Von hinten! Ich war da eben drin. Jo. Jo. Wo geh du nach, mein Freund? Da kommt noch einer. Nein! Wo bist du? Stopp-Kill. Alter, das hat mir getan. Noch einer. Dein Herz. Boah, scheiße. Ja, die sind alle hinterm Hügel. Direkt vor dem AT. Oh, oh. Der AT-ST ist gefallen. Nein. Nein, was? Das hat mir gefallen, Leute. Major. Okay, Shutdown. Shutdown. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Komm, komm, komm. Wir haben den Uplink wieder aktiviert. Mg, ne? Ich hol das Ding. Super, ich deck dich. Super, super, alter. Guck mal, die haben bis jetzt noch keinen Angriff gestartet gegen die ATs, ne? Voll krass, ey. Ah, jetzt kommen aber die Y-Wings. Die sind nicht abgezogen gekommen, ne? Ja. Boah, fuck, ey. Meins. Darth Vader. Oh, zur rechten Seite, Darth. Ja, Tobi, Mann. Räume auf. Äh, äh, äh. Ich unterstütze, ich will... Hinten, hinten. Vorsicht. Ja. Mein Name ist Darth. Ich darf das. Ich darf das. Gib da ab, links auf, auf, offline hier, blablabla. Boah, alter. Boah, okay. Oh, mein Gott. Alter, wie das aussieht, wie der hier langstapft, ne? Boah, alter, ey. Don't kill. Kann man sich auch nicht dran satt sehen. Stirb doch mal. Boah, ist mal eine andere Waffe. Ja, ist die Waffen, ey. Der Blaster ist jetzt irgendwie ein bisschen durch. Blaster. Master Blaster. Ja, ich hab'n Teil Interzepter, Mann. Jo, nice, ey. Ich hoffe mal, dass der nicht so scheiße ist, wie das andere Ding vorhin, ey. Ach, das kann doch nicht sein, ey, denn der überlebt so lange, Mann. Alter. Nein. Wir müssen jetzt die Station runterholen. Oh, was da durchflackert an Feuer. Die Grafik, die Grafik ist so krass, ne? Alter. Ich find die Performance halt vor allem heftig. Ja, ja. Dafür, dass das so ne Grafik ist, läuft das echt gut, ne? Ne, du Pisser, Alter. Boah, der sind Turm. Da sind Turm, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, ein bisschen Stärke ist... Oh, nein. Boah. Ach, hier ist der Haublad, Alter. Der Willam. Der scheiß Turm. Ich muss irgendwie da rum. Okay, ich bin jetzt hier in so'n Geschütz drinne. Nice. Okay, ich halt die Station ab. Zack. Oh, das ist so ein Ding. MLG kill. Bam. Zurückziehen. Alter, ey. Speeder. Wir brauchen eigentlich mal Luftunterstützung hier, Curry. Ja, haben wir grad nicht. Curry, er kitzen wir mal den Krieger ab. Das würde ich gern, aber ich kann das nicht. Alter, nice. Ich renne grad mit Slam-Messle. Die Station wieder deaktivieren, Leute. Scheiße, Orbitalstrike, ey. Soll. Machen wir. Um weniger von hinten hochzunehmen. Du hell. Alter. Boah. Der hinter dir, Tobi. Was machst du denn hier unten mitten im Gebirge, ey? Immerhin, immerhin. Wir kommen. Ich such den jeden Mann. Ich bin mitten im Feindesgebiet jetzt. Oh ja. Da vorne. Krass. Ich möchte wieder fliegen. Schade. Nice. Boah, nice. Links. Ich glaub, wir haben gerade links kommen ganz viele, Tobi. Guck mal hier oben. Ey Pacino, allem, Mann. Okay. Push, los. Push, los. Vorsicht. Ich glaub, die wollen uns nicht zingeln. Ja, ja, hier von links. Die wollen uns hier flankieren. Wo sind die Pisser? Wo sind die Pisser? Sauber, Alter. Komm, ein Hit, ein Hit. Erschließungskommando, ja. Okay, einen haben wir, einen haben wir. Zwei haben wir. Weiter, weiter, weiter. Komm, ein Hit, ein Hit. Komm, noch mehr da hin. Ah, hier. Keine Chance, wenn du darfst. Ja, Mann. Ja, Mann. Sauber, sauber, Alter. Nice, Tobi, Mann, ey. Ich komm, vorne, 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 vorne. Alter. Wir gewinnen das, Leute. Wir gewinnen das. Ich brauch mal kurz eine Pause, Mann. Ich muss mich refreshen. Okay, go, go. Refreshen? Ja, eher so Energie aufladen. Ach so. Okay, wir haben es, glaube ich, ne? Nee, das hier nur Luke tragen. Abdeeds. Jo, das war's. Luke, oder wie der? Unser Sieg, Leute, unser Sieg. Jawohl. Boah, scheiße, Alter. Boah, scheiße, Alter. Wieder war da hinten, ganz hinten im Tower sitzt, ne? Einfach so die ganze, ich hab das clever mal umgangen, einfach. Und jetzt räume ich ja ein, als wir mal an den Weg, Alter. Oh, da kommt Luke. Ja, oh. Ja, oh. Hau ab, Mann. Hau ab, Alter. Scheiße, aber Luke, ey. Die mach ich platt. Wir gehen zusammen drauf, komm. Hammer, super. Hab ich, hab ich. Sauber, ey, Mater. Hast du, ey. Hast du. Der will im Snipe nicht sterben. Ich pass auf deine Leiche an. Boah. Auf meine? Nein, auf die von Luke, Mann. Dacht schon, ey. Ey, Mater. Alter, das ist ein Headshot, ey. 5000 Meter, ey. Nice, Jungs. Sehr nice. Yo. Ich war voll schlecht. Ich war voll schlecht. Ja, war cool. Also, Imperium macht auf jeden Fall ne Menge Spaß, ey. Auf dieser Map. Richtig nice. Hat voll Bock gemacht. Ist natürlich ein bisschen unfair für das andere Team, ne? Ist doch den ihr Problem, aber man kriegt das hin, glaube ich, Curry. I am Musi-Mann am Start. Hast du schon mal ein Match erlebt, oder? Oder hast du ihn gekriegt, oder? Ne, das machen wir noch. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Alles klar. Yo. Oh ja, bin ich auch bald mal dann. Yeah, ich auch. Yo, ich bin Rank Up. Ich bin Bank 6. Geil. Bank 6 kannst du werden nicht, Bank 5 für das Maximum. Nee, nee. Das geht nicht. Ich bin Bank 10, ey. Ein paar Credit bekommen, ja. Yo. Nice. Nice. Ja, war doch geil, oder? Ja, war doch geil, oder? Ja, war sehr cool. Wir haben gewonnen, natürlich. Ja, dann macht ihr euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir verabschieden uns von dieser Episode von Let's Play Star Wars Battlefront. Und ich würde sagen, das war von der Beta jetzt auch erstmal so ein Roundup. Vielleicht mach ich jetzt noch so eine Mission, um euch die auch mal zu zeigen. Aber ich denke, das reicht dann jetzt auch erstmal als Einblick. Richtig los geht's dann beim richtigen Let's Play hoffentlich von Star Wars Battlefront. Und ich hoffe, ihr erscheint dann auch wieder ein. Ne? Bis dann. Ich bin auf jeden Fall gerne wieder dabei. Tschüss, ne? Oh, Benni, ey. Sauber, ey. Benni, sauber. Benni, dass du mitmachst, ey. Find ich's geil. Alles Gura. Tschau. 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 Mach's gut.